Hallo und herzlich willkommen bei den Simon Ops. Ihr fragt euch sicherlich, warum rede ich jetzt hier und warum kommt jetzt nicht das Gameplay. Das liegt einfach daran, dass es vor dem Video noch ein bisschen was zu bequatschen gibt, was das Video angeht. Zum einen ist die Aufnahme von Flo leider kaputt gegangen, das bedeutet, ihr seht jetzt nur meine Aufnahme und nicht die des gegnerischen Teams. Und zum anderen, wir haben sehr lange überlegt, ob wir dieses Video online stellen wollen oder nicht. Wir haben uns schließlich dafür entschieden, weil wir es doch eigentlich eine ganz witzige Runde fanden. Und für euch vielleicht auch ganz unterhaltsam zum Anschauen. Allerdings möchten wir euch darauf hinweisen, dass in diesem Video bzw. in diesen beiden Teilen, die jetzt kommen werden in den nächsten Tagen, sehr viele Kraftausdrücke zum Vorstellen kommen, die mit diesem Spiel zu tun haben. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass diese Ausdrücke alle nicht ernst gemeint sind. Ja, also wir haben uns alle lieb, wir sind alle gute Freunde und dass jeder immer gewinnen will, ist natürlich klar. Und dass es immer einen Verlierer gibt, ist auch klar. Und wenn der Verlierer dann nicht so zufrieden mit seiner Rolle ist, dann kommen da halt auch schon mal die ein oder anderen Ausdrücke hervor. Aber das hat sich alles geklärt und es ist alles wunderbar. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu viel verraten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anschauen der nächsten zwei Teile Battlefield 3. Und wir sehen uns in einem anderen Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Herzlich Willkommen bei den Simon Loops zu Battlefield 3 mit den ganzen Spasten hier vorne. Also wir fangen mal von unten rechts an. Teske, Max, Philipp, Norik, Markus, wer ist denn das? Achso, Toni. Der ist einfach weggerannt. Ach, ist der? Ne? Und wen habe ich vergessen? Ich habe irgendwie nur vergessen. Ja, belebt ihn mal wieder. Teske, habe ich Teske vergessen? Nein, ich habe mich vergessen. Flo, ich habe mich vergessen. So. Achso, genau. Schlund nimmt auch parallel auf. Und wir werden uns jetzt gleich in Zweifelchen-Tes-Channel begeben und dann geht die Party richtig los. Genau. Genau. Und jetzt werden schon mal herausgegangen. Max, mach das gerade. Sehr gut. Jetzt haben wir jetzt los. Alex, wer noch? Toni und Stanley. Gut. Nein, wir sind doch keine fünf. Irgendwie. Alex ist nicht bei uns. Hä? Ja, Alex. Hä? Alex? What's so geiler? Tim, was ist die? Ja, du bist bei mir, mein. Jetzt bleib mal hier. Ja, aber ich bin da nicht bei mir. Nein, nein, warum bin ich jetzt hier? Du musst in einen anderen Channel, Junge. What the fuck, Alter? So, jetzt. Guck doch einfach, drück da einfach Tab und dann guckt nach. Was soll ich denn spielen, Leute? Ich gar ne Ahnung, spiel das, was du willst. Das wird das auf jeden Fall eine richtig eklige Runde bei diesen anderen mehr. Dann ist das gleich mal aus. Ja, tun die du Sniper, ne? Und so mehr Punkte fahren. Ja, Markus, der hat seine... Nein, habe ich nicht extra dabei, bevor Philipp wieder anfängt zu heulen und seine Vagina blutet. Und so weiter geht das. Ey, was schreibe ich denn jetzt? Juh, wieso schreibe ich denn Juh? Ich wollte Juh steppen. Einer links, Sniper links. So, ihr spielt schon. Ja, schon lange. Fuck. Geiße. Sag doch mal was. Oh! Da würde ich mich mit dem nennen. Jungs. Ja, ich sehe eure Leichen, aber... Ja, das ist hier anders. Alles lustig. Fuck, ich hätte beinahe wiederbeleben können. Nein, kein Ding. Wie steht denn das gerade? Ach so, so ist das, okay. Ach, 98. Ach, wir müssen angreifen, wir müssen Punkte ein. Okay, ich bin ein bisschen langsam im Checken, aber... Ja, wenn du hier die roten Dinger siehst, da... Ja, ja, ja. Ja, ich gerade das mitbekommen. Ach, da steht der hinter dir. Bei diesem Felsen oder an der Mauer. Weil man hat das... Das verteidigende... Vor allem hat das verteidigende Team auch noch einen mehr. Eben. Wenn ich das bisschen... Na, egal. Ja, der haupte bei uns am Spawn. Oh, es wurde gemessert aufs Spot. Und zwar auf B-Spot. Blende, ich blende, ich blende, ich blende, ich blende. Da kommt einer, da kommt einer! Na gut, den Schafen. Scheiße, du Gantan. Warte mal, ich schreib das mal ganz kurz. Warte mal, ich eigentlich... Ist egal, Alex, schreib mir aber nisch. Wieso nicht? Ja, lass einfach. Das schaffen wir. Okay. Wir müssen mal alle zusammen gehen, Leute. Das wird sonst nix. Mann, er kommt doch immer nur von hinten. Was soll denn das? Warum so waschen die unseren Spawn? Fuck, Alter, ich kämpf gerade gegen zwei alleine. Das ist ein bisschen scheiße. Die stehen da hinter dieser komischen... Ja, ja. Ich kann ihn nicht so richtig sehen. Das ist ein bisschen kacke. Jetzt werde ich sterben. Hier kommt das Medikid-Kumpel. Hier hinter uns ist schon wieder... Ja, hier hinter uns ist schon wieder einer, Mann. Alex, bei dir kommt einer. Ich weiß. Ich hab ihn. Hab ihn. Okay, du hast ihn. Ich versuch sie wieder zu holen. Pass auf, da ist links noch irgendeiner gewesen. Scheiße. Mann. Leute, wir müssen uns jetzt mal sammeln. Das ist kacke. Rechts, 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 Markus. Oh, ich hätte Gabonette da. Alter, ich kriege so oft Fressbräte. Wir müssen jetzt mal rushen, Leute. Wir müssen... Wir dürfen nicht immer sterben hier. Alter, ich kriege den nicht wiederbeleben. Ich weiß, das könnte ich nicht wiederbeleben, sorry. War ich nicht. Und ich bin down. Leute, das ist ja krass, Alter. Wir werden so gefickt einfach nur. Das ist noch keiner, das ist mal gestorben. Aber die sich wiederbeleben. Man, ja, warum... Leute, jetzt lass mal sammeln. Lass mal alle zu Tony gehen jetzt und warten. Lass mal bitte sammeln. So. Schieß mal einer dieses Scheißding da ab. Alter, was geht denn? Kaputt. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Keine Chance. Bei so einer, bei so einer hier, hier Map, wo es nur ein, wo es nur ganz wenig Wege gibt, ist ja schwer. Ey, warte mal, wir müssen uns einfach mal ein bisschen zusammen, lass uns mal irgendwo treffen, wo wir mal ungestörten Plan uns überlegen können. Ich bin jetzt hier hinter so einem komischen... Kommt mal vielleicht nur in meine Richtung. Wo bist du? Hinten, bist ich weiter hintergegangen. Oh man ey, er frisst zwei Schurz, ey, 96. Fuck man. Weil ich meine, guck mal, wir können eigentlich nirgendwo lang hier. Vielleicht dann rechts am Wasser... Wollen wir mal B rushen? Ich hab sie beide getaggt da hinten. Lass mal, los komm Tony, lass mal B rushen, schnell. Ja, sie, guck mal, ihr spielt mit Granatenwürfen? Ja, sie haben alles. Fert ab hier eben. Okay, wir haben beschossen. Lass mal hier warten. Wir haben beschossen. Also hier... Von rechts, äh, von links. Hinten. Ab rein. Achtung, Granate. Ja, guck, ey, was schon da sporen, Mann? Nimm dir das Medikit, hol's dir. So, da ist wieder einer weg. Sehr gut. Ey, ganz links an der Mauer. Liege Seite. Ja. Boah, die stehen, die stehen dort alle. Fuck, Alter, fuck, fuck. Schön. Kannst du wieder leben? Bisschen weit weg. Egal, egal. Tony, bleib da, bleib da, bleib da. Oh, fuck. Ich bin bei dir. Plan, 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 plan. So. Immer schön hacken, Leute. Immer schön hacken. Da wisst ihr, wo wir sind. Da, wo die sind. Leute, wir müssen aufs Board. Kommt aufs Board. Ja, genau. Der schießt mich durch die, durch die Mauer ab, ey. Halte die Scheiße. Halte die Scheiße. Komm. Seid ihr aufs Board? Ihr ist bei uns am Spawn mit dem Sniper und schießt für euch. Kommt doch einfach mal aufs Board. Ist doch scheißegal. Ja, viele, wenn man spawst und sofort tot ist. Gut, die Bombe ist down. B ist down. Die müssen zu A. Schnell. Alle jetzt A. Los. Das darf nicht wahr sein, Alter. Was ist denn gerade schon wieder mit meiner PIN los hier, ey? 31? Ja, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Dann bin ich wahrscheinlich zu nur wichtig zum Treffen. Fuck, Alter. Okay, aber B haben wir wenigstens down. Nein, das Problem ist, wie gesagt, dass die einfach bei uns am Spawn kommen. Voll das. Ja, guck mal, durch die Mitte hier kommen wir niemals durch, weil die überall stehen. Nichts bei dem, bei dem Hügel. Ja, ist klar. Ja, aber kein Hammer. Hier. Vielleicht mal, hat jemand den Rauchwerfer freigeschaltet? Ja, kann ich gleich mitnehmen. Dann werden wir mal versuchen, hier links an der Mauer, kannst du mal eine Rauchkanade rein. Der ist bloß der Sniper, den kriegt man im Nahkampf da unter uns nicht. General, wenn wir hier die ganze Zeit stehen in der Mitte, dann bringt das nichts, weil wir kommen an der Seite hier einfach nicht durch. Die Leute, die uns nicht verdecken, vergessen immer zu taggen, dass wir alle die anderen auch nicht wo sind. Ganz links an der Seite ist ein Sniper, den müssen wir abrauchen, Leute. Soll ich mal Auto-Sniper spielen? Ja. Auto-Sniper, ey. Ich will mal ein bisschen unter Unterdrückungsfeuer setzen, den Tüten. Ey, da kommt einer, 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 da kommt einer. Ich kann nicht mehr wiederbeleben, mach du das mal. Was? Das ist ein Scherz. Wir haben uns gerusht. Wir haben uns gerusht, da kam Philipp noch an der Seite. Ja. Willst du da machen? Ja, Markus, du darfst nicht immer alleine rumrennen, du musst mal mit uns zusammenbleiben. Wir waren gerade alle drei zusammen, außer du, du warst in der Mitte. Jetzt lass mal zusammenlaufen. Dieses scheiß Ding da oben geht ihm ja auch auf den Sack. Was ist denn das? Das ist dauernd. Da ist einer. Das ist doch lächerlich hier, Alter. Schluck jetzt da oben, Mann. Einer, haben wir doch schon. Ja eben, wir haben genug Zeit, Leute, wir haben genug Zeit. 68 Punkte. Guck mal, wie sich Philipp schiefen Granat werfen soll. Fuck. Fuck. Ich hab den Scharfschützen, das war Max. Oh, dir dein Medica. Das ist ja gut. Markus, bei dir war einer. Ja, nicht der Teske von links. Spawn bei mir, schnell, spawn bei mir. Ich bin gerade in einer richtig guten Posi. So, ich hab den hinter dir gekippt. Warte, 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 zwei. Eins bin da. Toli, bei dir ist einer gewesen, ne? Hast du den? Ich hab den, ja. Okay, go, 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 auf zur A. Durch die Brücke durch. Da drüben. War der Granate. Hinter uns. Hinter uns schon wieder zwei. Mann, wie geht denn das? Blende, ich blende, ich blende, ich blende, ich blende. Ja, ich steh mit der Runde. Okay, da kommt einer vom Fluss aus, da kommt einer vom Fluss aus. Alter, warum hab ich bei dem keinen Hitmarker, Alter? Braucht ein Medi-Kid ganz schnell. Hier ist dein Medi-Kid, Mann. So. Das wird was, das wird was, Leute. Überleben, überleben, überleben. Ich verstehe das nicht. Okay, wir sind durch. Alles, bleib am Leben, bleib am Leben. Fuck, jetzt bin ich nicht bei dir gespawnt. Was war denn das? Ja, Flo wollte in den Busch campen, um uns schon wieder von hinten umzubringen. So, ein Feitschwein, ey. So, Leute, sehr gut, wir haben jetzt wieder 100 Einheiten. Wir dürfen noch nie rein, hä, was soll denn das? Naja, der steht doch da, der Auftrag. Dann passt auf, falls hier wieder welche kommen. Wir können von hinten jetzt kommen, Leute, passt auf. Aber das wird jetzt schwer, ja. Jetzt wird's schwer. Naja, wir kommen jetzt immer weiter in die Metro rein. Wollen wir mal rechts rein oder links? Ist bestimmt abgehebend. Da sitzen schon die Ersten. Wo? Ich würde sagen, rechts, weil da ist ja dieser Tunnel dort. Also hier dieser Gang mit den Lampen. Überhaupt erst mal reinkommen. Toni und Markus sind schon dran. Markus, packst du bitte dein M320 aus? Warte, Falk, wieso leckt das gerade irgendwie ein bisschen? Darf ich? Ja, hier drinnen. Alter, was leckt denn das für mich? Alter, ich hab bei diesem Wellen, bei hier, bei hier, wie heißt der? Bumm oder was? Hab ich nie einen Hitmarker. Hier ist dein Medikin. Komisch. Ja, ist frei, Jungs. Also rechts der Gang war frei. Soll ich MG spielen? Nee, 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 da ist einer noch hinten. Würdest du das Drückungsfeuer geben? Alter, fuck, man. Das ist lecker, wenn wir tierisch sind. Das ist schlimm. Oh, der schießt mich durch die Wand mit seiner Scheiße, Alter. Denne, auf wen schießt du? Auf die, die hier im Gang, also. Immer schön von hinten. Immer schön, Gämmler. Florian. Und bei mir. Ach, ich bin schon Alex. Oh, ihr seid schon da vorne. Oh, jetzt fliege ich das weit hinten. Oh, aus. Warum? Soll ich was denken, um die Ecke? Da ist einer. Fuck! Ich bin von links. Ich find's. Das geht. Das ist ein Scherz. Das darf nicht wahr sein, ich mach ein Dauerfeuer. Ey! Was soll denn das, Florian, ey? Was ist denn los? Nein, er bekämmt unseren Spawn mit Scharfschützengewehr. Sag mal, ist... In der Worte. Das ist Battlefield. Ey, das ist Florian. Was steht denn da? Ganz einfache Sache. Ich bin auf der linken Seite. Boah, hier rechts steht ein Sniper. Ich versuch, die mal von hinten zu rushen. Mal schauen, ob ich's schaffe. Alter, was leckt denn? Was leckt denn das Krabbeln mir so, ey? Das ist echt schlimm. Ach, der ist zu schnell. Alter, ich hab's gewusst. So ein Camperkind, Max, ey. Mach mir die alle heiß! Hat nichts gebracht. Pass auf, hier kommt da wieder einer. Noch einer! Du, hier spielt der Spiegel. Nein, ich hab mir das M16, ey. Fuck, noch einer! Noch zwei! Oh! Ich lebe noch! Ach, man spielt jetzt auch schon M16. Oh. War dabei. Leute, spielt jetzt M16, okay? Warte, ja, aber ich... Ich hab doch einen Medic. Jawoll. Na gut, ich hab's rum. Für uns. Hier, das Medic. Tony, pass auf, dass es nie von hinten kommt. Die haben mir einen Takt zu stehen. Dass sie ja nicht von vorne kommen. Hier, dein Medic. Was war der für die... Ich hab A, ich hab A. Sehr gut, wir müssen zu A los, los, zu A. Schnell. Oh, fuck das, Max mit einem 60. Brauchst du Hilfe? Ich bin Sani. Jemand bei A? Weiß das jemand? Naja, die ist in den A-Spot gerade. Das ist schnell. Ach, schütze. Oh, fuck. Also, wenn wir uns immer wiederbeleben und, äh, dann kriegen die auch so schnell die Tickets nicht voll. Stanley, bleib am Leben! Stanley, bleib am Leben! Ich bin gleich wieder. Sehr gut. Ah, die Granate hat ausgeräumt. Sehr gut. B ist unser. Neh mir ein A rein. Ich geh oben rum. Ich hab Max gemettert. Oh, fuck. Da wollte ich hin. Ich setz Bombe. Ich setz Bombe. Bleib am Leben, Mann. Da kommen ganz viele jetzt. Warte, wenn... Ich springe wieder bei dir. Fünf Sekunden. Kommt, 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 Leute, kommt! Ja, zwei Sekunden. Fünf, vier, drei... Fuck. Bin da. Gleich tot. Stell. Erlebt mich einer wieder? Nee. Oh, das ist so low, Alter. Jawohl, gut, Alter. Ist nicht wahr. Ja, jetzt... Jetzt geht die auch mit Granatwerfer rein. Ja, ja. Aber wir haben die. Wir haben die. Wir haben die. Alles prima. Wir haben die. Wir haben wieder 100 Tickets, Leute. Haben wir die Bombe? Ja, ja, wir haben die. Laufen sie vor und wir uns hier irgendwo verschalten. Das ist bestimmt. Ey, sie verstecken sich, um dich wieder von hinten zu holen. Was ist nie los? Das müssen wir warten. Bleibt in Bewegung! Hä? Wir laufen in die falsche Richtung, Leute. Ich würde gerade sagen. Ja. Ja, lol. Wir hätten dann vielleicht schon oder so treffen können. Leute, was haltet ihr davon, wenn 2 zu 1 und 2 zu B gehen? Hm. Dann kommen wir vielleicht... Ja. Alex, wir müssen hoch. Alex, wir müssen hoch. Ja, das ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Pass auf, die werden campen. Okay, ich sehe den Moment noch keinen. Doch, doch. Da bei A steht direkt einer. Granate! Okay, Mittengang. Da wird bestimmt einer campen. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Untertitelung des ZDF, 2020